Diese App mag ich am liebsten. Ich glaube, am meisten nutze ich Tweety zum Twittern und wahrscheinlich Facebook, wenn ich ehrlich bin. Und beides eigentlich keine so rauschenden Apps, aber einfach praktisch. Diese App muss unbedingt noch erfunden werden. Die App von Yokudo, mit der man Künstler und Fans glücklich macht. Ein Tag ohne mein Smartphone ist wie ... Ist wie Suppe ohne Salz, glaube ich. Diese App hat mich enttäuscht. Auf viele. Ich probiere so einige aus und schmeiße sie wieder weg. Gute Frage, welche konkret? Die App vom Spiegel zum Beispiel fand ich nicht berauschend. Lieber direkt auf dem mobilen Portal oder sogar das mobile Portal enttäuscht. Ich nutze meistens einfach das richtige Spiegelportal. Diese App hat mich schon mal gerettet. Ich hätte schon Tweety oder andere Twitter-Apps ein paar Mal gerettet, dass sie irgendwo war und ich brauchte Hilfe. Und dann gab es in der Tat jemanden, der mir sagen könnte, die Antwort auf die Frage. Das war schon irgendwie ... Also wenn ich jetzt heute einen Unfall hätte und ich wäre allein auf der Straße und würde da liegen, dann würde ich, glaube ich, keine SMS schicken. Ich würde das twittern. Ich würde das rausschwenken. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich gerettet wäre, wäre am höchsten. So viel Geld gebe ich im Monat für Apps aus. Kaum was. Also ich habe bisher, glaube ich, weniger als zehn Apps gekauft bisher. Die meisten Apps, die ich nutze, sind kostenlos. Und diese Apps nehme ich gerne mit ins Bett. Ich lese ganz gerne abends noch ein paar Nachrichten aus dem New York Times. Die App mag ich übrigens auch sehr. Huffington Post. Dann gucke ich manchmal noch rein in Comics. Das ist eine schöne Comics-App. Also kritische Satire. Da gucke ich gerne noch rein. Und Facebook und Twitter irgendwas tun, was da passiert. Also eigentlich eine ganze Reihe von Apps, die ich noch mit ins Bett nehme.